So, hallo, wir machen weiter bei The Ledge of Zelda, Tears of the Kingdom, das Let's Play ist blind und ungeschnitten und wir sind gerade dabei, die Geschichte zusammenzubasteln. Wir haben eine gewisse Vermutung bezüglich Zelda, allerdings ist das bisher nur eine wilde Theorie, am Ende ist das wahrscheinlich totaler Quatsch. Und Ganon ist auch am Start. Und jetzt haben wir noch einen Schrein hier gefunden, den ich auf jeden Fall auch schnell machen wollte. Stabellauf. Dass wir ein bisschen Abwechslung auch haben. Okay, dann muss ich erstmal da hoch. Und dann da hoch. Das war wieder schwieriges Rätsel, auf jeden Fall bis hier. So. Ja, da kann ich rein. Ach so. Kann ich nicht. Oh, Deckensprung. Fuck. Ja, aber woher soll man das denn wissen vorher? Jetzt muss ich nochmal runter wegen der Kiste. Das ist ja doof. Das kann ich doch nicht vorher wissen. Ja, okay, doch. Ja, okay, man, man kann es sehen. Ist ein Mord noch. So. Ja. Ja. Braucht man nicht den Kollegen. Und wo soll ich jetzt überhaupt hin? Ah, Leute, das ist der ganze Schrein. Jetzt muss ich das wieder hoch... Ist das ein alberner Schrein. Alter, das ist ja wirklich ein richtig alberner Schrein. Der ist ja nur langweilig. Der ist ja wirklich so, du arbeitest ihn einfach ab. Da ist überhaupt kein Rätsel dabei. Du arbeitest ihn einfach ab. Naja, leicht verdientes Zeug. Ich beschwärbe mich ja schon gar nicht. Äh. Yo. So. Alles klar. Wie gesagt, ganz komischer Schrein, aber ist in Ordnung. So. Wir gehen weiter. Wir haben noch, ich glaube, fünf Filme vor uns, oder? Oder sind es jetzt noch vier? Wir gucken mal. So. Ja, die ersten sechs haben wir weg. Und dann geht es jetzt hier weiter. Einen davon haben wir schon gesehen, nämlich den, wo Ganon die Macht ergreift. Ich weiß nicht, welcher von denen es war. Ah, ne, sind es nur noch fünf. Also sind es nur noch vier. Ich glaube, den mit... Welchen haben wir von denen denn gesehen? Ich weiß es gar nicht. Welcher von denen ist schon auf unserer Karte? Ah, der hier hinten. Ah, der da. Ja, 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 okay. Aber den gucken wir dann nochmal an, wenn es losgeht. Die Geburt ist... Moment, aber das heißt ja, dieser Film ist der übernächste. Und da war es ja praktisch so, dass er schon die Macht hatte und schon angegriffen hatte. Das heißt, wenn wir jetzt das Schwert finden, dieses gebogene Schwert, dann ist das sein Angriff. Dann geht es da los. Okay, wir sehen jetzt sozusagen Teil 1, wovon wir schon Teil 2 gesehen haben. Gut. So, und die Karte, äh, das Schwert ist... Das gebogene Schwert. Ah, da ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Da im Dschungel irgendwo. Oh Gott, kann ich überhaupt schon... Habe ich da einen Teleport? Irgendwas? Ja, doch hier. Hier, der Turm funktioniert. Okay. Muss man jetzt aber sagen, ohne diesen Tempel mit diesen Dingern wäre das schon nicht so einfach zu finden. Also klar, die würden irgendwann auffallen, die Geoglyphen, und man hätte sie wahrscheinlich auch längst markiert, wenn man sie gesehen hat. Wenn man nicht... Also wenn man nicht gewusst hätte, dass man so eine Karte hat. Aber mit der Karte ist das schon deutlich, deutlich angenehmer. Sehr, sehr gut. Also war wichtig, diesen Turm zu finden, würde ich damit sagen, Drache. Das ist jetzt aber ein anderer Drache, ne? Okay, ich... Ich habe im letzten Part gesagt, ich will testen, ob man auf die drauf kann. Das Test wird... Oder ist das wieder Zelda-Drache? Ne, oder? Das ist doch... Das ist doch jetzt Dings-Drache. Das ist doch jetzt jemand anders. Ah, ich komme nicht hin. Der fliegt vor mir weg. Oder ist das wieder Zelda-Drache? Ne, ne, der ist blau. Das ist Nydra oder Dings. Irgendeiner von denen jedenfalls. Ich will wissen, ob man da drauf kann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mann, jetzt fliegt der vor mir weg. Das ist doof. No! Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Let's go. Oh, das wird knapp. Oh Gott, das wird's richtig knapp. Komm, einmal noch. Einmal noch mit dem Stoß. Ah, doch, das sieht gut aus. Man kann drauf, okay. Ja, Nydra, ich hab's sogar recht gehabt mit Nydra. Krass. Okay, ist denn jetzt auch irgendwelche Steine zum Holen? Kann ich hier irgendwas holen? Oder ist der jetzt einfach... Lol, was? Ach so, ach so! Ja, so kommt man natürlich dann auch an die Schuppen ran, ne? Ich hab da jetzt gar nicht dran gedacht. Aber so Steine, so Einzelsteine... Doch, hat der auch. Hat der auch! Halt, ich will fotografieren. Kann ich nicht. Okay, kann ich nur nehmen. Nydra Drachenstein. Unvorstellbar hartes Mineral. Gewonnen aus Nydras Rücken. Lässt damit verbunden Waffen selbst herzustellen. Und vermag sogar Eis zu erzeugen. Okay, die haben alle spezielle Effekte. Der, der, der Lichtstein sozusagen, oder der Weißstein, der heilt. Der Nydra Drachenstein kann Eis erzeugen. Das ist also wie ein Eispfeil wahrscheinlich, so in der Richtung. Ach, krass. Ach, krass. Dann müssen wir auf jeden Drachen auch mal drauf. Wenn's da unterschiedliche Steine gibt. Ist das sick. Hat der jetzt auch was hier im Ding steckt? Wahrscheinlich nicht. Wär unlogisch, wenn der jetzt auch ein Schwert hier hätte. Aber kann ich hier noch irgendwas machen? Oder habe ich jetzt alles gemacht? Ne, ich glaub, wir sind fein mit dem Drachen, ne? Hallo, Nydra. Was geht? Oh. Ähm. Das ist jetzt nicht so gut. Nydra hat mich einfach umgebracht. Nydra hat mich einfach komplett umgebracht. Okay. Moment. Wenn Wenn meine Theorie mit dem Zelda ist ein Drache stimmt, sind Nydra und die anderen, ich weiß gerade die Namen wieder nicht, Fajora oder so und, 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 und Nydra, keine Ahnung, sind das ja auch vorher Menschen gewesen oder was, oder wie oder wo, die den Mysterienstein geschluckt haben. Das ist, das ist so wild, wenn das wirklich so ist. Alles haben wir von allem ne Show. Warte, braucht wir nicht so gar ne, ne, ne Nydra show. Hat er das jetzt nicht gespeichert, dass ich auf dem Drachen war? Hat der meine Drachenaufenthalt jetzt nicht gespeichert? Och komm schon Och nö, das ist ja doof Ach nee, ist das doof Jetzt müssen wir da nochmal hin Ja gut, dann Abflug Ah, das ist dumm Nydra hat mich nicht nur umgebracht, Nydra kostet mir gerade richtig viel Zeit Aber wer wissen jetzt immer, dass es sich lohnt Das ist ja schon mal was So Da sind wir wieder Wo sind die ersten Steine gewesen? Da sind jetzt hier keine Steine oder was? Doch hier Also die sind an der gleichen Stelle, okay Dann kriege ich die wieder zusammen wie vorhin Ja, hier war der auch Und dann war hier einer, okay Ja gut, gut, gut Diesmal speichere ich, bevor ich mich nach vorne Wobei, ich gebe mich Ich begebe mich einfach nicht nach vorne Wie wäre es damit? Ich begebe mich einfach nicht nach vorne Ah, wir brauchen aber noch die Schuppe Okay, wir speichern Bevor der mich wieder weg Das war frech Das war richtig frech Na, Nydra, das machst du nicht mehr Aber da ist nichts vorne, ne? Das ist alles uninteressant für ihn Sie ist Okay Gut, wir wollten aber ja ursprünglich ganz woanders Denn nämlich zum Schwert Jetzt bin ich, keine Ahnung, wo ich bin Ja, völlig falsch Alles klar Und das Das Karkariko-Rätsel ist immer noch nicht gelöst Mit diesen schwebenden Dingern Vielleicht ist es ja auch was fürs Finale Kann ja sein, ich weiß es nicht Es ist alles sehr, sehr, sehr verwirrend Aber umso sehr, sehr, sehr mehr bin ich gespannt Wie sich das noch entwickelt So Also jetzt aber Schwert Oder eher Dolch Das ist eher ein Dolch, um den es dann geht Was ist das? Stopp Das ist sehr prominent Dieser Wasserfall Da ist jedenfalls das Schwert Schon mal gut zu wissen Ach, das geht einfach Das ist die komplette Landzunge Das ist einfach genau diese Landzunge hier Ja, okay, easy Dann können wir kurz den Abstecher hier hoch Kostet ja nix Allerdings habe ich nicht die richtige Kleidung an Um da hoch zu kommen So Was haben wir denn hier? Äh Irgendwas weiß ich noch nicht fotografiert habe Ach, Feen Feen, sehr gut Feen nehme ich immer mit Wenn ich kann Wieso haut die jetzt ab Komm wieder her Das ist frech Das ist frech Sehr gut Was ist das denn? Eine Fleckente Okay Komm runter Sehr schön Ist das jetzt hier nur eine Feenquelle? Kann ich mir ja fast wieder nicht vorstellen Scheint aber so Ja, da ist auch nix im Wasser Na gut Ja gut Dann ist das halt Das gewesen Das ist wahr Okay Das hat mich halt gewundert Weil das so ein krasser Wasserfall ist Aber wahrscheinlich Um einfach an Höhe zu gewinnen dann Na gut Okay Auf zum Schwert Das ist da unten Da unten waren wir noch gar nicht so richtig Na Ich weiß gar nicht was da ist Rimbastrand Klick hier Halbinsel Kap Isaki Oh, da drüben waren wir auch noch überhaupt nicht Da ist Dings Äh J Nee Heißt es J Werde? Ich glaube es heißt J Werde Ja, aber hier heißt Hier steht nichts von J Werde Ja, wo ist denn J Werde? Das ist schon da, oder? Hier nicht Na, nee Das waren die kleineren Inseln Nee Es ist schon da gewesen J Werde Steht nur Heißt jetzt nur nicht J Werde Oder bin ich Hä, bin ich doof? Das ist doch J Werde hier Hat sogar einen eigenen Dings Untergrund Ha Ja, wie auch immer Wir gehen hier Wir wollen ja nur kurz die Dings holen Mehr will ich da unten ja gar nicht Ich will mich nicht lange aufhalten Ich will nur schnell Ein Eine Erinnerung holen Sehen wir schon die Ja, wir sehen sie Perfekt Und ich glaube direkt daneben ist der Stein Ich glaube das ist der Stein Dann müssen wir das gar nicht ablaufen Wunderbar Gott Ach guck mal da ist sogar noch wieder ein Schrein Gehen wir da noch als erstes hin Ist da sogar ein Stall? Ich glaube da ist ein Stall Da ist, also zumindest ist da Ist da Ach lol Das ist das Piratengebiet, ne? Ich glaube das Ich glaube da ist Dings Wie heißt der Ort nochmal? Wo immer die Piraten Wo es immer hieß Da sind jetzt Piraten Das könnte hier sein Ich habe den Namen vergessen Ich habe echt den Namen vergessen Aber ja, das könnte hier sein Hier könnten die Piraten jetzt sein Ach Gott Da will ich jetzt ja gar nicht rein Ich will ja nur in die Ich habe den Namen vergessen Mein Gott Wie Steht der Ort hier irgendwo? Hier Da Ne, steht kein Ort dort Muss man erst aufdecken Dann konternt Da kocht er wahrscheinlich auf Ich habe echt den Namen vergessen Ich Äh Ist das immer peinlich Aber ja Da unten ist auf jeden Fall das Dorf Das was mal Dorf war Ja Ja Okay Dann wäre es fast schlau Wir gehen außen rum Weil ich habe da jetzt eigentlich Keine Lust drauf Weil das ist bestimmt was Wo man jetzt wieder Den ganzen Part verbringen könnte Die zu befreien Von den Piraten Aber ich will die jetzt gar nicht Von den Piraten befreien Ich will einfach nur Die Erinnerung haben Können wir uns nicht Das Schwäge darum kümmern Jetzt wissen wir ja wo das ist Und da gibt es ja noch Sinn Okay Ich dachte hier gibt es vielleicht Was zu lesen Aber nein Ach hier Unser Dorf wurde in Schutt und Darstücke Ist das nicht Dings Der Bauunternehmer Aus Aus Theotika Äh BOTW Ja Lander Genau Bei den vielen Monstern Kommen wir nicht näher heran Spüre ich etwa den Blick Eines hellhaften Jünglings Sag mal Du bist doch nicht Auf dem Weg nach Ach Angelstedt Hieß der Ort richtig Ne bin ich eigentlich Tatsächlich nicht Das heißt wer ist ein Großen Bogen Ja hatte ich vor Man kann es ja in der Dunkelins Vergeschwäcker Keiner hat es Von Monster überrannt Ja das wurde mir Schon mehrmals gesagt Okay Wie die Achse im Palmenwalde Ja das ist alles nicht schön Wir können uns auch noch drum kümmern Aber nicht jetzt Wenn die Monster fort werden Okay Ja okay Ja okay Alle Monster müssen weg Ja ist ja okay Ist ja okay Ich würde mich ja schon Es gehört ja schon irgendwo dazu Sich darum zu kümmern Na so Als Episodengeschichte Wir machen jetzt erstmal den Schrein Dann machen wir die Erinnerung weiter Wir werden uns noch um Angelstedt kümmern Wir werden uns noch um Angelstedt kümmern Ist in Ordnung Ich bin überzeugt Wenn wir es schon gefunden haben Kümmern wir uns um Angelstedt Oh nein Oh nein Och ne das dauert jetzt drei Jahre wieder Will ich den wirklich machen? Bruder ich habe noch gar nicht angefangen Da werde ich schon entdeckt Was ist das denn? Okay Im Fluss Ja was soll ich jetzt hier machen? Die entdeckt mich doch sofort Ja Toll Was sind das für welche? Ja wie soll ich denn jetzt hier vorgehen? Soll ich mit so einem Boot fahren oder was? Die sehen mich doch Ok, sie sehen mich scheinbar nicht. Hier drauf bringt mir das jetzt ja auch, da ist ja nix. Also wozu bin ich hier? Oh ok, aber trotzdem, wie soll ich denn hier jetzt... Ah, die sehen mich doch. Ich check nicht ganz, wie man hier unbekannt vorankommen soll. Jetzt sieht der mich gleich. Na toll. Oh, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Ok, so. Ok. Habe ich nen Bogen bekommen? Ich hab nen Bogen, sehr gut. Alter. Der schießt. Oh, das ist gut. Das ist nicht so. Das war jetzt auch nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ist mein Bogen? Ich hab den fallen lassen, ne? Scheiße. Ich hab den fallen lassen. Ok, das ist nicht so gut. Ja gut, pass auf. Ja, ich hab den fallen lassen. Großartig. Ähm. Nein. Also ich will das... Oh mein Gott. Okay. Das ist kein Schrein für jetzt. Das ist kein Schrein für nen Part, in dem ich Dings machen will. Nein. 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 Raus da. Raus da. Das ist kein Schrein für jetzt. Hilfe. Nein. Wiedersehen. Das ist nicht für jetzt. So. Okay. Dann gehen wir jetzt schön an Angelstadt vorbei. Ist das ein Brunnen? Aus dem Brunnen kocht es. Aus dem Brunnen kocht es. Okay. Interessant. Das werden wir uns... Das... Grundsätzlich hab ich schon Interesse. Jetzt wo ich mir das hier so angucke, ne? Grundsätzlich hab ich schon Interesse mich darum zu kümmern. Aber wie gesagt, nicht. Nicht jetzt. Vor allem, was ist da alles drauf auf dem Boot? Schwarzer Bossbock. Oh je. Blauer Bung. Ja. Es ist halt alles voller Monster. Müssen wir jetzt nicht haben. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind nur hier, um kurz dieses Schwert hier abzuholen. Diesen Dolch hier zu hause zu aktivieren eher. Die Erinnerung in dem Dolch zu holen. Sagen wir es so. Dafür sind wir hier. Und sonst für gar nix. Ich denke an den Monster bin ich jetzt schon vorbei, ne? Ja. Sehr schön. Gut. Markiert habe ich es. Muss nur hinlaufen. Der hofft natürlich, dass es an der richtigen Stelle ist. So, hier war irgendwo der Krockstein, glaube ich. Dachte ich. Oder auch nicht. Den Stein habe ich jetzt wieder nicht gesehen. Egal. Aber wenn ich Glück habe, ist hier die Dings. Ja, immerhin das. Immerhin das ist schon mal richtig. Immerhin das ist schon mal richtig. Okay, let's go. Angriff von Ganondorf. Von dem wir den zweiten Teil schon kennen. Aber den zweiten Teil gucken wir uns dann gleich nochmal an. Dass wir wirklich alles zusammen haben. Wie hat er es geschafft, die zu überlisten? Obwohl sie ihn ja beobachtet haben. Also eigentlich sollten sie ja nicht naiv gewesen sein. Wie hat er es dann geschafft? Was für eine... ...List hat er angewendet. Gut Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh boy. Er hat jetzt schon eine Fake Zelda. Sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Er hat jetzt schon eine Fake Zelda. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Ah. Ah. Okay, also das ist einfach nur eine Fake Zelda, so. Es ist jetzt keine bestimmte Person, sondern die ist einfach eine Erschaffung von ihm. Und wo taucht er jetzt plötzlich auf? Ah, aber so kommt er an den Stein ran. Königin Sonja! Nein, nein, nein! Das darf nicht sein! Königin Sonja! Wo kam er jetzt her? Das ergibt keinen Sinn. Wo kam er denn jetzt plötzlich her? Okay. Den zweiten Teil kennen wir schon, aber das gucken wir uns jetzt noch mal an. Aber alter, seine Lache gerade war ja übel. So, als ob sie alles beobachten und alles verhindern können und den Angriff nicht. Wo war Rauru? What the fuck? Sonja weiß, dass die Zelda vor ihr in Wirklichkeit ein Monster aus Garnondorffs Kontrolle, unter Garnondorffs Kontrolle ist. Als sie sich Sonja und der wahren Zelda gegenüber sieht, lächelt es unheimlich und löst ihn im Jasmer auf. In dem Moment wird Sonja hinterrücks... Ja, hinterrücks! Wo kam er her? Der kann das nicht. Okay, wir gucken uns das noch mal an. Das war eine coole Szene. Aber ich hab halt gehofft, er wird ein bisschen... Ach. Das war viel zu simpel für ihn. Königin Sonja, sag doch etwas! Ja, das haben wir schon gesehen. Endlich. Endlich halte ich ihn in meiner Hand! Endlich. Ich spüre seine Kraft in meinem Inneren. Ich spüre ihn. 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 Er hatte kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tag an ist dieses Geschenk der Götter mein Eid. Und ein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzen. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang, herauf! Garland, auf! Eure Gewallin braucht euch! 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 Aber ich bleib dabei, wo kam er her? Plötzlich war er hinter ihr. Dafür hätten sie dann nicht mal die Fake-Zelder gebraucht. Ah, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Na gut. Okay. Wir müssen jetzt die Träne selbst uns anschauen. Was heißt Träne? Die ein Mysterienstein. Ich nenne die Dinge aber immer Träne. Es sind keine Tränen, es sind Mysteriensteine. Und den finden wir ganz im Osten. Alles klar. Habe ich da ne Teleport hin? Jo. Sogar nen sehr schönen Turm dafür auch. Oh! Oh, was ganz anderes. Ich kann jetzt ja... Ich kann jetzt ja... Die Schuppe... Ich musste doch ne Nidra-Schuppe finden. Die kann ich doch jetzt da in die Quelle geben. Bevor wir uns hier in die Luft stürzen. Wo war denn das? War das nicht hier gleich irgendwo vor Ort? Oh, wo war jetzt wieder diese Quelle? Hier unten. So, musste ich da nicht irgendwie... Jo. Jo. Findet den Azublon Geist Nidra, der umhüllt von Eis durch den Himmel geleitet. Habe ich gemacht? Eine Klau... Oh! Keine Schuppe, eine Klaue. Eine Verkörperung von Eis in der Form eines gewaltigen langen Drachen. Verkörperung von Eis, aber dann vielleicht doch kein Mensch. Okay, also die Schuppe jetzt hinlegen bringt wahrscheinlich nix, ne? Dumm. Hätte mich auch gewundert, komm, bevor Link noch mehr rumzittert, gibt's wieder hier ordentliche Kleidung. So. Die Schuppe ist es auch nicht, ne? Also, wieso sollte es die Schuppe sein? Sie haben... Sie haben's deutlich gesagt. Ach, so ein Käse. Eine Klaue. Okay. Daneben eine Klaue. Ja, such du mal. Ich suche auch was. Das sieht man... Also, man sieht jetzt halt von hier. So überhaupt nicht, wo da nichts zu sein. Okay, never mind. Ach, die hab ich mir schon mal markiert? Ja, moin. Ich hab mir da schon mal die Träne markiert. Ja, okay, cool. Na dann. Na dann muss ich ja gar nix mehr machen, wenn irgendein Vergangenheitskonnen da schon tätig war. Sehr gut. Das ist auch nicht sonderlich groß, das Ding, ne? Also, das ist sowieso nicht schwer, wahrscheinlich da was zu finden. Meine Ausdauer gibt's mir gleich wieder den Geist auf. Das ist nicht gut. Na, ich schaff's nicht bis ganz hin. Aber ein Stückchen laufen wir dann halt noch, ist in Ordnung. Ein kleines Stückchen müssen wir noch laufen. Ist okay. Zum Glück ist es nicht weit von hier aus zumindest nicht. Da sind drei Millionen Schreine in der Nähe. Aber das ist jetzt alles nichts, was mich interessiert. Wenn man, wenn man, wenn man die ganze Welt hier erkunden will, das ist, das ist, keine Ahnung, wie viel Zeit man dafür, also, ich hab die Zeit nicht. Jetzt tut mir leid. Ich freu mich für jeden, der Zeit hat, hier alles zu erkunden, aber... Okay, dann nicht. Aber ich hab die Zeit einfach nicht. Ja, das ist eine ganz kleine Figur. Das wäre selbst ohne... Selbst ohne Markierung sehr einfach, hier alles zu finden. Oha, habt ihr gesehen, wie viele Kroxamen wir haben? Wir können auf jeden Fall uns eine neue Schwertasche leisten, hoffe ich. So, und hier muss dann meine Markierung sein. Und das passt perfekt. Ja, let's go. So, was ist jetzt passiert, nachdem Zelda sich damit mit Rauro und Sonja, die scheinbar ja eher Todes weggeportet hat? Also, ich, wie gesagt, ich find's nicht gut, dass man Ganondorf so einfach das hat machen lassen. Das hätte man vielleicht besser erzählen können, aber naja, was soll's. Mal gucken, wohin die Reise geht. Oh, die Weisen. Aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Habt ihr toll gemacht. Unsere Truppen vermögen die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten. Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauro. Er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser vier Völker stehen dir wahr. Und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Eins, zwei, drei. Ich wollt grad sagen. Ich wollt grad sagen. Wir sind doch am Tempel der Zeit. Er gibt denen jetzt die Mysteriensteine. Nein, wir sind nicht am Tempel der Zeit. Wir sind... In der Halle der Waisen. Bitte steht mir bei. Und leit mir eure Kraft. Obwohl sie alle Mysteriensteine hatten, haben sie es nicht geschafft. Na, großartig. Naja, was heißt nicht geschafft? Sie haben ihn ja versiegelt. Versiegelungskrieg. Aber gut. Wir alle gelobten hiermit, dem König des Lichts zu dienen und den Dämonenkönig zu bezwingen. Gut gelernt, den Text, dass die auf einmal alle wussten. Okay. Gut. Also das ist sozusagen jetzt die Story, wie sie an ihren Steinen gekommen sind. Deswegen hat auch das Ding ein Stein-Symbol. Ist okay. Ist okay. So. Gut. Dann bleibt jetzt aber nur noch diese Seite hier. Also wir haben nur noch diese Maske oder was das ist und das Masterschwert. Ansonsten haben wir alles. Crazy. So. Das Masterschwert ist ganz da oben und die Maske... Ach, das ist dieses Ding da unten beim Plateau. Stimmt. Das ist beim Plateau, die Figur. Die haben wir schon öfter jetzt gesehen und haben wir nie gemacht. Die Figur ist unten beim Plateau. Okay. Let's go. Wo ist das Plateau? Hier, na? Und ich glaube, hier an der Stelle ist die Figur. Also wenn ich zu dem Schrein gehe, müsste ich sie gut sehen können. Sie ist wieder so an der Wand gewesen. Das weiß ich noch. Okay. So, aber das heißt jetzt ja... Also wenn wir nur noch zwei Filme haben. Hm. Ach, scheiße. So viel dringend ist das schon. Äh. Da müssen wir hoch. Oder? Nee, ich will hier rüber gucken. In die Richtung. Oder bin ich jetzt blöd? Nee, in die Richtung will ich gucken. Das ist nicht ganz die Richtung, die ich gedacht hatte. Hä? Wo ist die Figur jetzt? Ich dachte, die war hier irgendwo. Das ist jetzt irgendwie nicht so. Die war doch hier immer in der Nähe von dem Plateau. Ich hab die doch immer hier irgendwo gesehen. Ein kleines bisschen verwirrt. Da! An dem Ding ist sie dran. Okay. Hier ist sie. Das ist jetzt natürlich doof, weil jetzt sehe ich wieder nicht. Na. Äh. Risikieren wir es? Suchen wir auf Verdacht? Die ist nicht so groß, na? Wir suchen auf Verdacht. Komm, das kann nicht so schwer sein. Die ist richtig klein und die ist wieder an so einem Hang. Also das kann nicht so schwer sein, die jetzt zu finden. Die ausgefüllte Träne. Oh shit, ich hab schon wieder nicht auf mein Dings geachtet. Nicht auf dem Land landen. Ich hasse es. Dass meine, dass meine Ausdauer immer so gering ist, ey. Na gut. Es regnet ja immerhin nicht. Ich kann ganz gut klein. Alter! Bist du mich verarschen von da unten? So, ja. Jetzt kann ich leider nicht mehr dran vorbeifliegen, so wie ich das so schön vorhatte. Aber wie gesagt, die ist nicht so groß. Das kriegen wir schon hin. Das fängt jetzt nicht an zu regnen. Ich kriege mich doch am Arsch. Okay, wir haben ein bisschen von dieser Regenkleidung. Von dieser Kletterkleidung. Wo ist sie denn? Da. Wie gut funktioniert die? Okay, sie tut, was sie soll. Sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist sehr praktisch gerade. Gut, dass wir die haben. So. Da ist der Krog. Okay, wir haben den Krog schon mal gefunden. Der ist zwar völlig irrelevant für mich, aber wir haben den Krog schon mal gefunden. Und die Krog sind auch immer so in der Träne. Da hätte ich mal bei den anderen darauf achten müssen, dass ich nur in so Tränen... Ah, wir haben es. Sehr gut. Da hätte ich mal darauf achten müssen, dass ich nur in den Tränen gucke. Aber hey. So, let's go. Jetzt also dann der Versiegelungskrieg. Muss ja. Der muss jetzt ja kommen. Wenn das letzte des Masterschwertes, also was Zelda mit dem Masterschwert macht, muss ja jetzt der Versiegelungskrieg kommen. Oder was anderes. Wir sind immer in der Halle der Waisen. Sonja. Ah, Zelda. König Rauru, vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig, wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Hm. Sprich weiter. Als ich mit Ansah, wie der Mysterienstein Garnondorfer wandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Und das war vorher dir nicht klar. Das war er. Er war noch am Leben. In meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben. Und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. All unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet. Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten, ist meine oberste Pflicht. Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Ja, aber die Truppe nimmst du dann mit, oder wie? Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bandschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Ja, wir machen das schon. Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, sie hat ja allein, als es ihm erzählt hat, schon die Zeit verändert. Es soll alles einen Grund haben? Aber mich würde interessieren, wie das Ganze gelaufen ist, ähm, ja, bevor diese, also in der normalen Vergangenheit, wie es da gelaufen ist, ohne Zelda. Weil Zelda hat ja jetzt überall Einfluss drauf gehabt. Aber wie ist es denn gelaufen ohne Zelda? Ist Sonja da bei dem Attentat direkt gestorben? Ja, jetzt gibt es noch das Schwert da oben, alles klar. Ist Sonja da bei dem Attentat direkt gestorben? Gab es das Attentat überhaupt in dieser Form? So, ne, also, das ist ja alles noch unklar. Wir sind wieder bei einer Stunde, aber den letzten Film schauen wir uns noch an. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob jetzt bei diesem letzten Film sich meine Theorie mit dem Drachen bestätigt. Das wäre irgendwie wild, aber irgendwie auch nicht, weil es ergäbe halt Sinn. So, wo ist das Schwert? Das Schwert muss in der Richtung sein. Bin ich jetzt richtig? Ja. Ach, gucke mal, wer da fliegt. Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich eigentlich. Du bist zu rein schwer. Wo ist denn das Schwert? Das ist der Krogwald, der untergegangen ist. Müsst du das nicht schon sehen können, das Schwert? Bin ich falsch? Ist das der Zelda-Drache? Ich nenne es jetzt... Nein, das ist nicht der Zelda-Drache. Okay, komm. Dann holen wir uns die Steine da drauf. Dann holen wir uns jetzt die Steine auf dem Viech. Ist mir egal. Vielleicht sehe ich bis dahin ja das Schwert irgendwo. Aber aktuell sehe ich es nicht. Ja, bin ich doof? Ich weiß nicht, wo das Schwert ist, ne? Ne, das ist tatsächlich... Das ist dann... Ich weiß nicht, wie er heißt, aber... Der andere Drache. Der Feuerdrache. Aber wo ist das Schwert? Ich glaube, ich bin hier falsch. Wahrscheinlich ist es weiter vorne. Wahrscheinlich ist es weiter vorne. Egal. Dann haben wir immerhin den Drachen gefunden. Ist doch auch was. Da ist der große Dings. Sollten wir von dem ich auch mal ein Foto machen? Ich glaube, ja. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch meine... Möglichkeiten sind, auf dem Licht zu brennen. Ob der Helm da ausreicht? Ich glaube nämlich nicht. Ähm. Okay, so sieht es okay aus. So, ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich ihn damit gleich mal ausschalten kann. Ja, hier sind die Steine. Und die können dann wahrscheinlich Feuer machen, oder was? Ein unvorstellbar hat das Mineral gewonnen, also lässt er mit verbundenen Waffen hält das Material durchbrechen und vermag auch Flammen zu erzeugen. Tatsache. Aber wir müssen alles mal, wir müssen diese ganzen Steine dann mal ausprobieren. Schön hier geblieben. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, wenn ich da in das Feuer reinrassle, dass ich sterbe. Deswegen speichern wir mal ganz schnell. So. Und mir fällt gerade was ein. Ich habe das Schwert schon mal gesehen, und zwar in der Gerudo-Region. Äh, Gerudo sag ich schon. In der Gironen-Region. Das war dann so einer Wand. Das war dann so einer Wand. Ja, 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 ja. Stimmt. Das war dann so einer Wand. Deswegen habe ich es jetzt nicht gesehen. Okay, das war dann wohl alles. Das würde mich nur was interessieren. Ich habe jetzt ja so eine Schuppe mir geholt. Für das andere brauchen wir einen Klauen. Kommt man am Drachen selbst auch an die Klauen ran? Also wenn man eh schon auf dem Drachen drauf ist. Kommt man dann an diese Klauen ran? Oder eher nicht so. Nee, wenn man sich ein was geholt hat, geht nichts mehr, na? Aber das muss man dann wahrscheinlich vorher machen. Okay. Gut. Ähm. Ich denke, ein Schrein, der sinnvoll ist, ist der hier. Ich glaube, von hier aus sieht man das Schwert gut. Wir haben das schon mal gesehen. Ich erinnere mich. Das war da irgendwie an der Wand. Das war hier irgendwo an der Wand. Irgendwo hier war das. Aber wo? Aber wo? Ja, vom Weg her, vom Weg her sieht das schon gut aus. Ich kletter mal da hoch. Ich glaube, von da oben müsste man es sehen können. Ja, von da oben müsste man es gut sehen können. Ich glaube, von da oben müsste man es gut sehen können. Ich glaube, von da oben ist es gut. Was soll ich denn hier fotografieren eigentlich? Ja, aber das wird nicht als Dings ange... Was sollte ich das nicht für irgendwen fotografieren? Ich bin verwirrt. Egal, ich gehe gerade schon hundertstel ins tausendste. Wo ist jetzt das Schwert? Scheiße. Nicht ablenken lassen. Warte. Ja, doch. Das ist da, zwischen Krockwald. Eigentlich hier. Eigentlich hier. Eigentlich hier. Ich glaube nicht hier oben. Ich glaube, hier oben ist schlecht. Eigentlich mehr hier so. Warum habe ich... Ist der Stern das Schwert? Habe ich mit dem Stern mir schon mal das Schwert markiert? Kann das sein? Habe ich mir das schon mal markiert? War ich so klug? Dann wäre ich jetzt aber trotzdem hier falsch. Ja. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal zu dem Stern... Vom Turm aus zu dem Stern zu kommen. Ist der Stern das Schwert? Es würde vom Platz her passen. Vom Platz her würde es passen. Aber dann hätte ich es doch vorhin gesehen. Wieso habe ich das denn nicht gesehen, als ich mit dem Turm da hoch bin? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Warum habe ich das nicht gesehen? Hä? Aber gut, dass ich den Stern gesetzt habe. LOL. Jetzt sehe ich es auch. Wieso sehe... Wieso habe ich das vorher nicht mitbekommen? Voll dumm. Ja. Eindeutig. LOL. Hä? Wieso habe ich das nicht gesehen? Kapiere ich nicht. Egal. Das wird wohl ganz oben sein. Ja. Okay. War klar. Brauche ich nicht markieren. Ist klar, wo das ist. Einfach ganz nach oben. Einfach ganz nach oben. Dann starten wir allerdings unten. Wegen dem Krog. Der könnte ja auch noch irgendwo sein. Ja. Da ist der Krog. Sehr gut. 40. Und dann... ...wird's crazy. Denn dann gibt's den letzten Film. Und da es ja das Schwert ist, wird es wohl... Ja gut. Den Versiegelungskrieg kriegen wir ja über die anderen Filme eigentlich gezeigt. Na? Wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich nicht Versiegelungskrieg, sondern vor allem Masterschwert. Was Zelda damit macht. Aber sehen wir jetzt, ob sie zum Drachen wird? Das wäre... Das wäre voll krass. Oder es geht noch... Es geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will, dass meine Drachentheorie stimmt. Weil es ergab halt voll Sinn. So. Let's go. Das ist die letzte Geoglyphe. Wir haben alle. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Ah, okay. Es ist danach. Alles klar. Ja, es geht ums Masterschwert. Link. Er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Danke. Aber da ist alles noch auf dem Boden. Na? Das ist alles noch nicht in der Luft. Ist das jetzt der Moment, wo sie das Masterschwert kaputt nimmt? Wo wir das praktisch dahin legen und sie rützt sich das... Das heilige... Ja. Ja. Doch wie kommt es hierher? Ja. 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 Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiehen. Erstmal ein Mysterienstein essen. Wer einmal zum Drachen gekommen ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Und deswegen hat sie es dann im Kopf. Also, der Drache hat es im Kopf. Es gibt kein Zurück. Link. Bitte finde mich. Okay, man sieht es nicht. Sie lassen es in gewisser Weise offen, aber es ist offensichtlich, sie ist zum Drachen geworden. Das heißt, Zelda fliegt hier als dieser Weißdrache rum. Willst du mich verarschen? Okay. Und das war die letzte Geoglyphe. Passiert jetzt nochmal was, dass wir mit dem Paar reden? Ja, ist okay, da passiert was. Lol. Oh. So kommen die Erinnerungen zustande. Jetzt verstehe ich's. Okay, alles klar. So kommen die Erinnerungen zustande. Das sind tatsächlich ihre Tränen. Tears of the Kingdom. Ich dachte immer, die Mysteriensteine sind die Tränen. Sind sie gar nicht. Okay. Ähm. Habe ich einen Film ausgelassen? Bin ich doof? Huch. Moment mal. Hä? Den Stein haben wir geguckt. Und nach dem Stein kommt dieses Ding. Das haben wir auch geguckt. Und das war's doch. Hä? Wir haben die alle, die eingezeichnet sind, geguckt, ne? Ja. Wo, wo ist denn dann die 14? Oder ist die 14 was anderes, sozusagen, was jetzt nichts mit den Geoglyphen zu tun hat und deswegen ist da eine Lücke? Weil man den Versiegelungskrieg erst später sieht, in irgendeiner Form. Könnte ich mir auch vorstellen. Okay, aber mysteriös. Sehr mysteriös. So, jetzt will ich nur ganz schnell eine Sache machen, bevor wir hier abhauen. Ich will einmal gerade die, äh, das Skelett da draußen fotografieren. Ich meine, irgendjemand wollte diese Skelette doch sehen. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand wollte die sehen. Und sollte ich diese Quest irgendwann mal abschließen. Dann haben wir die fotografiert. Okay, ich gucke nicht hin. Wo ist das Ding? Jetzt ist es nicht da unten gleich gewesen? Ne, aber da ist ein Schrein. Okay, dann speichern wir bei dem Schrein. Und gucken uns dann nächstes Mal an, was da jetzt passiert ist auf der Insel. Ah, da ist das Skelett. Gut. Dann schließen wir diesen Part wieder mit dem Eröffnen des Schreins ab. Gucken uns das nächste Mal den Schrein vielleicht noch an. Machen dann schnell ein Foto vom Skelett. Für den Fall, dass ich sie irgendwann mal brauchen sollte. Keine Ahnung. Und dann... Ähm, ja. Und dann ist auch gut. Wahrscheinlich mit dem nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.